Hallo und herzlich willkommen bei Emmas Lieblingsstücke. Ja, der Herbst ist für mich immer irgendwie Wimpelkettenzeit, keine Ahnung. Die sind einfach gemütlich und man kann sie schön herbstlich dekorieren. Ursprünglich wollte ich euch drei unterschiedliche Muster zeigen, aber das hat längentechnisch wieder mal alle Rekorde gebrochen. Und deshalb zeige ich euch jetzt mein Lieblingsmuster. Ich zeige euch das Muster jetzt an einem Stöckchen, weil es einfacher ist. Ihr knotet natürlich direkt an einem langen Faden, der heute so lang sein muss, wie eure Wimpelkette lang werden soll. Ihr braucht pro Wimpel 10 Fäden, die Längen blende ich euch ein. Die Fäden sind alle unterschiedlich lang und ihr müsst die genau in dieser Reihenfolge anknoten, wie ich sie euch jetzt einblende. Die Fäden werden alle in der Mitte gefaltet und mit dem umgekehrten Ankerknoten befestigt. Viel Spaß! Für den umgekehrten Ankerknoten faltet ihr eure Fäden in der Mitte und geht mit der Schlaufe einmal von hinten um den Faden oder den Stock. Greift dann von vorne durch die Schlaufe und zieht euch die Endfäden nach vorne raus. Kontrolliert nochmal, ob die Fäden wirklich mittig sind und dann zieht ihr euch das fest. Wir werden jetzt mit drei kleinen Dreiecken starten und machen dafür erstmal drei Kreuzknoten. Und für die Ungeduldigen von euch, die schon direkt anfangen möchten, wir hängen uns die beiden äußeren Stränge erstmal auf Seite. Dann machen wir einen Kreuzknoten. Dieser Strang wird komplett übersprungen erstmal. Ein zweiter Kreuzknoten. Der nächste Strang kommt ebenfalls weg. Und der dritte Kreuzknoten. Fangt gerne schon mal an und für alle anderen zeige ich jetzt nochmal, wie der Kreuzknoten funktioniert. Ein Kreuzknoten besteht in der Regel aus vier Fäden. Wir haben hier einmal die beiden mittleren, das ist der Mittelstrang. Der hängt nur rum und lässt sich um Knoten von diesen beiden Arbeitsfäden hier außen. Der Kreuzknoten besteht aus zwei Knoten, zwei identische Knoten, die einfach nur einmal zur linken und einmal zur rechten Seite geknotet werden. Ich fange meistens auf der linken Seite an und lege mir hier mit dem linken Arbeitsfaden eine Schlaufe über den Mittelstrang. Dann nehme ich den rechten Arbeitsfaden und lege ihn über den linken. Der rechte ist jetzt der oberste Faden. Und mit diesem rechten Arbeitsfaden gehe ich jetzt einmal hinter dem Mittelstrang entlang und hier durch diese Schlaufe auf der linken Seite wieder nach draußen. Also wir haben jetzt hier unseren Mittelstrang einmal umknotet. Und das ziehen wir uns fest. Und wiederholen das Ganze nochmal zur rechten Seite. Also dieses Mal die Schlaufe auf der rechten Seite legen. Hier den linken Arbeitsfaden jetzt über den rechten. Der linke ist jetzt wieder der oberste Faden. Und damit gehen wir dann wieder hinter dem Mittelstrang durch die Schlaufe auf der rechten Seite wieder raus. Also das Ganze einfach nochmal spiegelverkehrt. Und das war es schon. Das ist der Kreuzknoten. Wir nehmen uns wieder hier die nächsten vier Fäden. Der Strang wird übersprungen. Mittelstrang, Arbeitsfaden, links starten mit der Schlaufe, den rechten Faden über den linken. Und mit diesem rechten Faden hinter dem Mittelstrang durch die Schlaufe links wieder rausgehen. Und hier der dritte Mittelstrang, Arbeitsfaden, links starten mit der Schlaufe. Und hier der dritte Mittelstrang, Arbeitsfaden, links starten mit der Schlaufe. Es geht weiter mit dem Rippenknoten. Und dazu habe ich mal ein sehr detailliertes Video gemacht. Schaut es euch an. Ich verlinke euch das hier oben. Ich werde das oder den Knoten jetzt nochmal kurz zeigen. Aber ja, sonst wird das Video wieder sehr, sehr lang. Wir nehmen uns also hier diesen Strang, den wir weggedrängt haben, mal nach vorne. Und davon nehmen wir uns den linken Faden. Und dann hängen wir von dem Kreuzknoten, die beiden äußeren, einmal auf Seite. Das heißt, wir haben jetzt hier noch zwei Fäden hängen. Und eben den hier oben. Das hier, das wird mein Leitfaden. Und das hier unten, das sind die Arbeitsfäden für den Rippenknoten. Der Leitfaden ist der Faden, der die Richtung vorgibt, in die geknotet wird. Und deshalb liegt er auch immer in der Hand, also in die Richtung, in die wir knoten möchten. Ich möchte jetzt hier von rechts nach links knoten. Deshalb ist der Leitfaden gleich in meiner linken Hand. Der Leitfaden liegt immer über diesen Arbeitsfäden und wird dann von diesen Arbeitsfäden auch umknotet. Ich habe den Leitfaden immer auf meinem Zeigefinger liegen. Ich nehme jetzt hier den ersten Arbeitsfaden und klemme den unten drunter ein. Also der Arbeitsfaden muss immer unter dem Leitfaden hier liegen. Jetzt kann ich mir den Arbeitsfaden mit dem Daumen einmal hochdrücken. Hier entsteht so eine Lücke. Und da hole ich mir dann den hochgedrückten Arbeitsfaden einfach nur raus. So, wir haben jetzt hier den Leitfaden und der wurde jetzt von dem Arbeitsfaden einmal umschlungen. Und das ziehen wir uns vorsichtig fest. Und dann wiederholen wir diesen Knoten genauso noch einmal mit dem gleichen Arbeitsfaden. Denn der Rippenknoten besteht immer aus zwei Knoten. Also hier Leitfaden, hier Arbeitsfaden, hochdrücken, hier durchgreifen und den Faden rausholen. Also einfach nur umschlungen. Und auch festziehen und drücken und vorsichtig. Hier der nächste Arbeitsfaden wird wieder eingeklemmt, wieder hochgedrückt und hier rausgeholt. Noch mal wiederholen. Und fertig. Zwei Rippenknoten haben wir jetzt hier gemacht. Wir holen uns hier diese vier Fäden mal runter und den äußersten, den hängen wir direkt wieder auf Seite. Das hier wird mein Leitfaden. Das sind die beiden Arbeitsfäden. Und da wir das Dreieck jetzt hier oben schließen möchten, wird der Leitfaden hier von der rechten Seite jetzt auch Arbeitsfaden. Also den packe ich jetzt hier mit dazu. Leitfaden dieses Mal in die rechte Hand, weil wir von links nach rechts knoten möchten. Und hier oben ist mein erster Arbeitsfaden. Der Leitfaden liegt wieder auf meinem Zeigefinger. Der Arbeitsfaden wird wieder eine Etage tiefer eingeklemmt. Hochgedrückt hier holen wir uns den Arbeitsfaden aus dieser Lücke oder durch die Lücke und haben hier den Leitfaden jetzt wieder einmal umschlungen. Und nochmal wiederholen. Und fertig. Hier der nächste Arbeitsfaden. Und jetzt nehmen wir uns hier den Leitfaden von der rechten Seite und der wird Arbeitsfaden und auch genauso eingeklemmt. Und jetzt schließen wir dieses Dreieck. So, es geht hier bei dem mittleren Kreuzknoten weiter. Wenn ich mir jetzt mal die Fäden hier einmal nehme, dann hänge ich mir die beiden hier weg. Hol mir den Faden hier oben von diesem zurückgedrängten Strang. Das ist der rechte Faden, der ist ja noch übrig. Das wird mein Leitfaden. Und wir machen zwei Rippenknoten von links nach rechts. Also ist der Leitfaden in meiner rechten Hand. Und ja, alles genau wie gerade eben. Und fertig. Ich hänge mir die Fäden außer diesem Leitfaden jetzt nochmal weg. Hol mir die runter von dem Kreuzknoten. Und hier oben ist wieder dieser zurückgedrängte, übersprungene Strang. Und wir nehmen uns wieder den linken Faden. Das wird mein Leitfaden. Und wir machen hier auch insgesamt drei Rippenknoten und schließen hier das mittlere Dreieck. Mein erster Arbeitsfaden ist hier. Der Leitfaden kommt wieder auf die linke Hand, weil wir nach links knoten. Und hier ist der rechte, übrige Faden noch von diesem zurückgedrängten. Von dem Kreuzknoten hängen wir uns die beiden äußeren auch mal kurz weg. Und machen jetzt erstmal hier zwei Rippenknoten wieder von links nach rechts. Deshalb rechte Hand und der erste Arbeitsfaden wieder einklemmen. Und fertig. Die beiden Fäden kommen runter. Und den äußeren hier, den hängen wir wieder weg. Das wird mein Leitfaden. Und wir machen auch hier wieder drei Rippenknoten und schließen das Dreieck. Die hänge ich jetzt mal weg. Also wieder linke Hand, weil wir nach links knoten und der erste Arbeitsfaden. Wir holen jetzt alle Fäden einmal runter und sortieren neu. Und zwar hier einmal diese fünf äußeren kommen weg. Die fünf äußeren ebenfalls. Und dann haben wir hier in diesen kleinen Dreiecken einmal vier Fäden. Und hier ebenfalls vier Fäden für einen Kreuzknoten. Und diese beiden hier, ja, die verstecke ich nochmal kurz so. Und dann machen wir hier nochmal jeweils einen Kreuzknoten rein. Wir haben wieder hier den Mittelstrang und die beiden Arbeitsfäden und starten auf der linken Seite. Und dann werden wir hier an dem rechten. mittleren Dreieck, den Leitfaden nehmen. Das ist der fünfte Faden hier von links. Die beiden hängen wir weg. Und dann machen wir hier erstmal wieder zwei weitere Rippenknoten. Also wieder linke Hand. Die beiden Fäden kommen wieder runter und dann nehmen wir uns den Leitfaden von hier und machen drei Rippenknoten und schließen somit hier dieses große Dreieck. Leitfaden, rechte Hand. Die beiden vom Kreuzknoten kommen jetzt auch weg. Und dann nehmen wir uns den eins, zwei, den dritten. Das ist wieder der Leitfaden von hier oben, also von dem linken mittleren Dreieck. Und damit machen wir zwei Rippenknoten von links nach rechts. Also wir setzen den Teil fort. Hier der Leitfaden kommt runter und die beiden Fäden wieder vom Kreuzknoten und der Leitfaden hier. Der Rest kommt auf Seite und wir machen wieder drei Rippenknoten von rechts nach links. Gut, ich hänge mir einmal kurz die Fäden weg und dann holen wir uns mal hier die vier Arbeitsfäden von den Rippenknoten runter. Also das ist im Grunde, ja, diese vier mittleren Fäden. Und damit machen wir jetzt unseren letzten Kreuzknoten. Wir haben also hier wieder den Mittelstrang und die Arbeitsfäden und starten wieder auf der linken Seite. Und dann holen wir uns den Leitfaden hier wieder runter. Die beiden linken Fäden kommen weg und wir machen zwei Rippenknoten. Und dann können wir hier vorsichtig sein, nicht zu stark ziehen. Und die drei Fäden kommen jetzt auch runter. Und dann können wir unser großes Dreieck hier schließen. Und dann können wir unser großes Dreieck hier schließen. Es geht jetzt hier auf der rechten Seite weiter und dafür hängen wir uns erstmal diese zehn Fäden von der linken Seite weg. Und dann machen wir auf der rechten Seite insgesamt neun halbe vertikale Rippenknoten. Das hier, was wir jetzt eben die ganze Zeit gemacht haben, hier überall, das ist der horizontale Rippenknoten. Und da hat man ja immer einen Leitfaden und viele Arbeitsfäden. Und dann würden wir hier Faden für Faden verknoten, bis wir unten sind. Bei dem vertikalen Rippenknoten ist es eben anders. In diesem Fall ist das hier unser Arbeitsfaden und das alles unsere Leitfäden. Und wir werden jetzt auch hier Leitfaden für Leitfaden bis nach unten hin knoten und den Arbeitsfaden einfach mitnehmen. Es ist im Grunde alles wie sonst auch. Also wir haben hier den ersten Leitfaden und wir haben den Arbeitsfaden. Und auch hier liegt der Leitfaden immer über dem Arbeitsfaden. Wir halten ihn dieses Mal, den Leitfaden, in der rechten Hand. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Und machen ansonsten alles gleich. Also wir drücken den Arbeitsfaden jetzt auch hoch und holen ihn uns hier raus. So, und deshalb muss der Leitfaden in der rechten Hand liegen. Wäre er in der linken Hand, dann würde der Arbeitsfaden jetzt nach oben zeigen. Aber wir müssen ja hier runterknoten. Also muss es genau so aussehen. Also Leitfaden, rechte Hand. Und somit sind wir mit dem ersten Leitfaden auch schon fertig. Denn wir machen ja nur einen halben Rückenknoten und hängen den weg. Ich nehme den nächsten Leitfaden wieder auf den rechten Zeigefinger. Und den Arbeitsfaden klemme ich mir wieder hier unten ein. Und fertig. Der nächste Leitfaden. Der nächste Leitfaden. Und fertig sind wir. So sieht das jetzt aus. Und das können wir uns nochmal so ein bisschen dran schieben. Also das ist unser Arbeitsfaden. Und der wurde jetzt einfach von, ja, hier von oben nach unten durchgezogen. Und ich hänge mir die Fäden jetzt nochmal kurz auf Seite. Und dann machen wir das auf der linken Seite auch. Hier oben ist mein Arbeitsfaden. Und hier habe ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Leitfäden. Ich nehme mir jetzt hier den ersten Leitfaden in die linke Hand und klemme mir den Arbeitsfaden hier oben, den äußeren, wieder ein. So. So ist er richtig. Er muss nach unten zeigen. Und dann ziehen wir uns das einmal fest und weg. Der nächste Leitfaden wieder oben, Arbeitsfaden unten. Und dann ziehen wir uns das einmal fest. Und auch hier sind wir fertig. Ich ziehe die nochmal kurz was runter. Und wir werden auf der linken Seite bleiben. Und nochmal eine ganz normale Reihe Rippenknoten machen. Hier ist mein Leitfaden der oberste. Und dann haben wir hier drei, sechs, neun, der kommt weg, neun Arbeitsfäden. Und wir machen ganz normal, so wie wir ihn kennen, unseren Rippenknoten. Und der Leitfaden ist wieder in der rechten Hand dieses Mal, weil wir nach rechts knoten. Ja, und ansonsten wisst ihr ja, wie der geht. Und dann geht's. Auf der rechten Seite, hier oben ist der Leitfaden. Und dann haben wir auch hier, oder haben wir hier drei, sechs, neun, zehn Arbeitsfäden. Und die kommen alle weg. Leitfaden, linke Hand und hier der erste Arbeitsfaden. Und dann geht's. Ja, und wir sind fertig. Ja, ich hoffe natürlich, dass euch das Muster genauso gut gefällt wie mir. Ich finde es wirklich wunderschön. Vor allem für eine Wimpelkette. Ist natürlich ein kleines bisschen anspruchsvoller, als wenn man es jetzt nur mit Kreuzknoten macht. Dafür sieht es aber auch umso schöner aus, wie ich finde. Und ich glaube, man bekommt das eigentlich ganz gut hin. Das Muster ist grundsätzlich ja nicht schwer. Es ist halt immer nur dieses Springen. Aber wenn ihr das einmal gemacht habt, dann könnt ihr euch sehr gut orientieren hier an der Vorlage. Und dann solltet ihr das auf jeden Fall hinbekommen. Ansonsten ist es halt eben eine sehr, sehr gute Übung gewesen. Ja, jetzt fällt euch ja wahrscheinlich noch auf, dass wir hier zwei Fäden haben, die so ein bisschen aus der Reihe tanzen, also längenmäßig. Das sind die äußeren Fäden gewesen, eben, die wir angeknotet haben. Die müssten mit einem Versatz eigentlich befestigt werden. Also der innenliegende Teil von den Fäden, der kann kürzer sein. Aber dazu schreibe ich euch unten was in die Videobeschreibung rein. Das Garn, das ich hier verwendet habe, das verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Und das Garn, was ich auf dem Foto habe, also von der fertigen Wimpelkette, das ist ein Garn von Action gewesen. Wenn ihr einen Action in der Nähe habt, dann schaut da mal rein. Die haben halt eben auch schönes Makameegarn. Es ist sehr, sehr günstig. Die Rolle kostet 3,50 Euro ungefähr. Und da sind auch knapp 100 Meter drauf. Ist natürlich wirklich ein unschlagbarer Preis. Und für eine Wimpelkette reicht das definitiv aus von der Qualität. Es ist natürlich nicht so schön wie zum Beispiel das Garn von Bobini. Also vor allem was die Fransen angeht, da ist das Bobini-Garn dicker. Es hat mehr Fäden. Die Fransen werden einfach buschiger. Aber hier dann bei dem Action-Garn mit ein bisschen Sprühstärke und einer Bürste kriegt ihr das auf jeden Fall auch ganz gut hin. Und ja, das noch als kleiner Tipp von mir. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und viel Spaß beim Knoten. Und ja, bis dahin.